Hallo Tubies, ich bin Annie und jetzt stelle ich euch Sheldora vor. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefällt, lasst uns einfach ein Like da. Vergesst nicht die Kommentarfunktion zu nutzen und teilt uns einfach mal mit, was ihr noch zusehen würdet wollen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und auf ein Wald in Eosea. Eure Annie und eure Sheldora.